Ja Moin und Willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video gucken wir uns in den täglichen Gegenstand-Shop an und der aktualisiert sich tatsächlich gleich. Ja Leute, es ist wieder 2 Uhr, die Zeit hat sich ja umgestellt und der Shop ist jetzt täglich um 2 Uhr. Sehr, sehr hart für mich. Nichtsdestotrotz kommt er natürlich weiterhin und das Ding wird weiterhin durchgezogen. Ja, das komplette hier Mondknochen-Set geht ja heute weg, wir kriegen ja was Neues. Schlagfertig-Emote geht auch weg, da kriegen wir tatsächlich vielleicht auch sogar was Neues. Und natürlich nicht vergessen, meinen Creator-Code im Gegensatz an den Shop anzugeben, Mete-8, also wenn ihr euch etwas kaufen möchtet, nicht vergessen. Ansonsten mehr als 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Leute, gönnt einfach mal ein Abo und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, schauen wir mal direkt rein in den neuen Shop. Leute, wir haben ein richtig cooles Item in Fortnite bekommen und ich freue mich unnormal darauf. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mit einem ungewöhnlichen Outfit an und zwar ins Schwarze. Für 800 V-Bucks kriegt ihr dieses Outfit einfach. Ich finde es jetzt nicht so krass, aber ich finde einfach für 800 V-Bucks geht das ganz klar. Ich verfehle nie, teile es Volltreffer-Sets und ich merke es einfach, es ist 2 Uhr, es ist viel zu spät für mich und ich habe die übelsten Versprecher. Wir schauen mal direkt weiter. Dann haben wir nochmal einen Sichelschläger. Für 800 V-Bucks halb Sichel, halb Baseball und ja, 100% Sichelschläger. Man kennt es, finde ich absolut cool. Wer den normalen Sichel nicht hat, ist auf jeden Fall hier gut dabei. Der kann sich das gerne gönnen. Ich finde es einfach nice. Ich habe aber den OG-Sichel, deswegen hole ich mir das Teil nicht. Ja, ansonsten gefällt es mir aber trotzdem sehr, sehr gut. Dann haben wir nochmal ein seltenes E-Mode Fuß Finesse für 500 V-Bucks. Ja, entspanntes Teil, hört mal kurz einfach rein. Aber sollte tatsächlich jeder schon von euch kennen, war es schon einige Male, im Shop ist jetzt nichts Neues. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich auch gönnen. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann habt ihr die Chance, unten in der Videobeschreibung mal vorbeizuschauen. Da habe ich nämlich Xbox und PSN Karten verlinkt. Könnt ihr sogar bis zu 5 Euro sparen und mich sogar noch damit unterstützen. Dann haben wir ein Skin aus dem Fernaufklärer Set und zwar Einsicht. Ja, wir hatten ja orangene Variante sogar vor kurzem, wenn ich mich nicht täusche. Aber mit dem Visierblick Rückenaccessoire finde ich richtig cool. Einfach die Sniper Skins sind sehr, sehr nice. Und dieser Skin ist tatsächlich jetzt bis zum fünften Mal, genau vor einem Monat war der im Shop. Und die andere orangene Variante war tatsächlich vor zwei Wochen im Shop. Also ist nicht mal so lange her. Für 1200 V-Bucks kriegt ihr diesen Skin. Finde ich sehr nice. Kann ich euch definitiv nur empfehlen. Ich finde den richtig fresh. Dann haben wir aber noch einen neuen Hängegleiter. Punktlandung. Tatsächlich gehört da auch noch mit ins Schwarze. Also zu dem Skin ins Schwarze. Triff immer ins Schwarze Teil des Volltreffer Sets. Und das Set hat jetzt sozusagen einen Gleiter und einen Skin. Und für 500 V-Bucks kriegt ihr den Gleiter. Ich muss sagen, ich finde den sogar irgendwie geil. Ich feiere den sogar. Also ich finde den sehr fresh. Den kann man sich definitiv gönnen, auch wenn er sehr schlicht ist. Aber irgendwie feiere ich diese schlichten Gleiter immer und immer mehr. Dann haben wir natürlich nochmal Elektroshuffle. Ein episches Emote für 800 V-Bucks im Shop. Da könnt ihr natürlich auch nochmal kurz reinhören. Aber die Musik von dem Emote sollte auch eigentlich jeder kennen. Wirklich, das Ding war schon so oft im Shop. Es ist nichts Neues mehr. Und ja, tatsächlich 37 Mal. Wir schauen einfach mal direkt weiter. Dann haben wir den Pest. Gehen wir heute nochmal im Shop für 1500 V-Bucks. Mit dem trostloser Umhang Rückenaccessoire. Ja, Teil des bitteren Medizin-Sets. Und zu diesem Set gehört natürlich nochmal die weibliche Variante. Und zwar Geisel mit dem Arcanum Rückenaccessoire für 1500 V-Bucks insgesamt. Ich finde dieses Set eigentlich richtig hässlich mit diesem Schnabel und so. Feiere ich einfach gar nicht. Spricht mich null an. Und dazu kriegen wir natürlich nochmal Heroldstab für 800 V-Bucks. Ist ein reaktives Erntewerkzeug. Auch sehr nice. Und dazu gibt es nochmal Lampenlicht für 800 V-Bucks. Ein Hängegleiter. Der natürlich passend zum Set hier mit Leder und die ganzen Lampen und sowas. Finde ich sehr cool. Kann man machen. Muss man jetzt aber nicht unbedingt. Aber wir haben natürlich noch etwas richtig, richtig Geiles bekommen. Und das zeige ich euch jetzt. Denn zum einen haben wir den Kuschelbeauftragten für 2000 V-Bucks bekommen heute. Und der Skin ist ja tatsächlich nicht neu. Aber zu diesem Skin haben wir ein passendes Teil bekommen. Und zwar Kuschel Airlines. Ja Leute, tatsächlich Kuschel Airlines. Ein seltener Hängegleiter für 800 V-Bucks. Digga, wie süß sieht dieses Teil bitte aus. Wie cute ist das Ding. Über was überwältigende, Digga, diese Wortspiele von Epic Games wieder. Flugkomfort. Teil des Royale Romantik Set. Und passend dazu natürlich nochmal Kuschelkrallen für 800 V-Bucks. Also ich finde das Teil komplett cool. Kuschelkrallen ist tatsächlich heute zum zweiten Mal da. Ist schon anderthalb Monate her, dass das Ding im Shop war. Richtig cool. Also wenn ihr euch etwas gönnen möchtet, dann nicht vergessen meinen Creator Code im Gegenstandshop anzugeben. Mette minus 8. Und natürlich meinen Leute ein Abo dalassen. Natürlich ein Like dalassen. Und mir in die Kommentare schreiben, was ihr euch gekauft habt. Ansonsten, wenn ihr euch etwas gekauft habt, dann macht davon ein Foto. Wenn ihr meinen Creator Code eingegeben habt, schickt es mir auf Instagram. Und ich teile das in meiner Story und verlinke euch nochmal. Ansonsten würde ich sagen, war es das von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.